Das zersplitterte Reich, die Woche Nummer 3. Wenn ihr diesmal alle Geheimnisse finden wollt, dann müsst ihr im Helm, beim Kompass, sichere Überfahrt aktivieren. Außerdem solltet ihr auch Aszendenten-Sicht freischalten, denn dann werden euch alle Anker im zersplitterten Reich gezeigt. Damit ihr die ersten Truhen holen könnt, müsst ihr das erste Leuchtfeuer aktivieren. Und dann geht der Guide los. Und auch in diesem Video findet ihr in den Kommentaren und unten in der Videoleiste alle Zeitstempel für jede Truhe. Falls euch dieses Video weitergeholfen hat, könnt ihr mir weiterhelfen, indem ihr das Video positiv bewertet und vielleicht auch einen Kommentar da lasst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.